Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video, es wird ein Umzugsvlog, denn ich ziehe aus und heute geht's los. Und ich nehm euch mit. And I look! Habt ihr schon mal so ne süße Maus gesehen, die umzieht? Wir ziehen aus, mein Schatz, wir ziehen aus, Baby, wir ziehen aus! Also, wir haben so ein paar Sachen schon mal ins Auto geladen. Warte, ja, mach leiser, ich krieg sonst bestimmt Stress mit. Wir haben ein paar Sachen ins Auto geladen, die hatte ich schon gekauft, das ist ein Esstisch, zwei Stühle, ein paar Sachen halt. Passt alles und jetzt fahren wir zur Wohnung. Auf geht's, ab geht's! Wir sind jetzt in der Wohnung, ich geb euch ne kleine Empty Room Tour. Also, das ist die Eingangstür, hier kommt man rein und dann sieht man das. Hier haben wir so einen kleinen Einbauschrank. Hier ist unser Badezimmer. Ach, Hungi war grad auf Klo. Hat natürlich nicht den Teckel runtergemacht. Das hab ich gestern schon mal gekauft. Das ist ne Bademasse. Das hab ich schon gekauft, das hab ich schon gekauft. Das hab ich schon gekauft. Für die Dusche. Wartet Leute. Für die Dusche brauchen wir noch so ne Glas-Dingsbums. So ne Abtreibung. Hier kommt unsere Waschmaschine. Hier ist das Schlafzimmer. Ja, so sieht das aus. Einfach normaler Raum. Hier ist unsere Küche. Und hier ist das Wohnzimmer. Hier kommt der Esstisch. Der ist dort die Platte dafür drin. Hier sind die Stühle. Wir haben einen Sessel. Ich hab gestern schon einen Olivenbaum gekauft. So sieht's aus, Leute. Wir sind sehr happy mit der Wohnung. Leute, den Stuhl hab ich gerade selber gebaut. Ist der nicht schön? Es ist der nächste Tag. Ich hab mich grad geschminkt. Gestern sah ich besser aus. Aber das ist gar nicht schlimm. Jetzt benutzen wir das Parfüm. Und jetzt! Eigentlich muss ich Uni machen, Leute. Aber ich hab was anderes vor. Ich geh jetzt in den Baumarkt. Und schau mal, ob die geile, schöne Duschabtrennung haben. Wir sind ein Settlingspray. Haben wir am gestern noch ne Waschmaschine gekauft. Unser Wohnzimmertisch, also Esstisch. Die haben uns dann ein falsches Tischbein gesendet. Das passt nicht zusammen. Das ist komplett nervig, dass wir uns jetzt darum kümmern müssen, Ersatz zu finden und bla bla bla. Aber so ist das halt, wenn man auszieht. Man hat Probleme. Aber ja. Ab in den Baumarkt. Okay, Leute. We made it to the Baumarkt. Wir sind jetzt am Baumarkt. Da. Sieht man? Baumarkt. Hass und Hattje. Ich liebe Hass und Hattje. Mir ist jetzt auch egal, wenn Leute denken. Ich bin komisch, weil ich mit Kamera hier rumlaufe. Weil ich seh die Leute eh nie wieder. Ja, deswegen ist jetzt auch egal. Scheiß drauf. Da sind die Linien. Und mein Auto ist hier. Ich ändere das jetzt noch. Ich liebe parken. Okay, Leute. Ich bin im Baumarkt. Hier gehöre ich hin. Und sowas ist das nämlich. Das ist auch schick. Wow. Sowas finde ich eigentlich schick. Mit so schwarzen Streifen. Oder ganz schlicht. Mal schauen. So, Leute. Okay, ich hab mich wieder geschminkt. Wir fahren jetzt zu Ikea, weil wir müssen die Küche, die Hochschränke selber machen. Und das wird heute gemacht. Und ich geh lieber mit zu Ikea, damit die nicht irgendwelche hässlichen Schränke aussuchen. Weil ich muss das approven. So, Leute. So sieht es hier einfach aus. Es ist komplett voll. Es wird auch gerade gebaut. Ich zeig euch gleich die Küche. Und dann. Ach ja. Schaut mal. Diese Stühle hab ich gebaut. Die sind so hübsch. Diese mach ich für Schminktisch. Das ist für Esstisch. Hier kommt der Esstisch. Okay, Leute. So sieht das jetzt aus. Der Schrank. Sieht sehr schick aus. Wow. Und unsere Waschmaschine. Tada. Und ich hab einen Spiegel gekauft für hier. Es wird wunderschön aussehen. Hier machen wir eine Glasduschtrennwand. Das war der erste Umzugsflug. Tschüss, Leute.